Und über das Thema Energie möchte ich jetzt noch mit Jakob Gresch, Energieberater aus Speyer, sprechen. Herr Gresch, wir haben jetzt schon die ganz dünnen Paneele da gesehen. Was glauben Sie, dann ist das etwas, was auch für den Otto-Normalverbraucher in Zukunft bald kommen könnte oder ist das doch etwas eher für die großen Firmen? Kommt natürlich auf das Einsatzgebiet darauf an. Wir sehen, dass es in dem Bereich natürlich viel Fortschritt gibt, auch wie jetzt in dem Beitrag gerade eben schon genannt wurde, braucht eine gewisse Zeit für die Markteinführung und auch Anwendungsbeispiele, die dementsprechend marktreif sind. Aber wir sehen aktuell zum Beispiel schon bei Brüstungen von Balkonen, die mit Sicherheitsglas quasi abgegrenzt werden und diese Folien eingearbeitet haben, dass da durchaus sehr interessante Anwendungsbeispiele entstehen, die auch zukunftsträchtig sind, dass alle Flächen, die am Haus irgendwie vorhanden sind, dann auch für die Energiegewinnung zur Verfügung stehen. Sie hatten jetzt gerade die Balkone angesprochen, wie funktioniert denn so allgemein nochmal eine Solaranlage? Also die Solaranlage oder in dem Fall sprechen wir über PV, also über Solarstrom, erlebt ja gerade einen ziemlich großen Boom, heißt wir arbeiten hier in der Regel mit bis zu 600 Watt bei dem Balkonkraftwerk, das nicht besonders genehmigungspflichtig ist, ist zwar meldepflichtig, bedarf aber keiner extra Genehmigung und dadurch ja ist es im Grunde genommen, wie soll ich sagen, ist ein Heilsbringer für die ganze Industrie oder auch für den für den Wohnungsmarkt, weil in dem Moment einfach selbst Strom produziert werden kann, der aktuell ja noch teuer gekauft wird. Wir liegen ungefähr bei 42 Cent bundesweit bei dem Strompreis und das gibt natürlich dem Hausbesitzer oder teilweise auch Mietern, wenn die sich mit dem Vermieter einig sind, eine tolle Möglichkeit, einfach selbst Strom zu produzieren und somit auch einfach die Energieeffizienz zu nutzen, die das Gebäude selbst schon darstellen kann. Das heißt, ich kann mich damit auch komplett selbst versorgen? Komplett nicht unbedingt, es ist die Frage, wie groß die Anlage sind, also wir arbeiten hier oder genehmigungspflichtig sind über 600 Watt Anlagen, aber bis 600 Watt bietet bei einem Zwei-Personen-Haushalt durchaus die Möglichkeit, ja, sag ich mal knapp 20 Prozent des eigenen Energiebedarfs damit zu decken und das ist, denke ich, schon mal eine gewisse Hausnummer bei relativ niedrigen Investitionskosten, ja. Wie sieht es da mit Fördermaßnahmen aus? Wird man da vom Staat unterstützt? Es gab jetzt gerade ein KfW-Programm, wo es eine Förderung für PV-Anlagen gibt, aber das Programm ist leider direkt schon ausgelaufen, da gab es sehr, sehr, sehr viele Anträge in dem Fall, die Voraussetzung war auch, dass man Elektroauto schon besitzt, also ist die Frage, ob das ja im Endeffekt jetzt für die breite Masse war oder auch vielleicht eher für einen Teilbereich, aber es ist zumindest so, dass wir die Mehrwertsteuer sparen, also das hat der Gesetzgeber da schon vorgesehen, dass es dadurch eine Förderung gibt, das sind ja immerhin knapp 20 Prozent und das motiviert nach unserer Erfahrung und nach den Privatkunden, mit denen wir zu tun haben, durchaus den einen oder anderen Häuslebauer generell PV-Anlagen einzusetzen, auch Balkonkraftwerke und gerade auch in Hinsicht auf das Heizungsgesetz und die Heizungsnovelle da möglicherweise dann auch Wärmepumpen mit zu betreiben, was ja ein sehr interessantes Thema ist. Sagt Jakob Gresch, Energieberater aus Speyer. Vielen Dank, dass Sie heute da waren.